Mein Name ist Ewald Berger und ich bin im Bereich von Berger für Charging für das Project Business zuständig. Als erste Fronius Systemlösung möchte ich Ihnen unseren Fronius Energy Hub vorstellen, welches ein Laden im Outdoor-Bereich ermöglicht. Jetzt werden Sie sich fragen, warum soll ich Outdoor laden? Es könnte aber sein, dass Sie aus platztechnischen Gründen aus der Halle raus müssen, es könnte sein aus sicherheitstechnischen Gründen oder Sie wollen Ihre Fertigung erweitern und brauchen einfach diesen Platz. Mit dem Fronius Energy Hub können Sie schnell und einfach zusätzliche Kapazität schaffen. Der Energy Hub entspricht allen gängigen Sicherheitsvorstriften, wie zum Beispiel der EN 62485, wo die Sicherheitsabstände und auch die Notabschaltung im Falle einer zu hohen Wasserstoffkonzentration geregelt sind. Optional ist der Energy Hub auch in der Brandschussklasse RI90 erhältlich. Ebenso aus sicherheitstechnischen Gründen ist der Fronius Energy Hub mit einer Abluftüberwachungssensorik ausgestattet und somit ist für Sie ein sicheres Laden zu jeder Zeit gewährleistet. Ich und mein Team stehen Ihnen mit unserer Expertise Beratung, Auslegung und Umsetzung gerne zur Verfügung. Ob Batterieladeplätze mit Wechselmodul, ob Sommerbetrieb, ob Winterbetrieb, wir schneidern Ihren Container maßgefertigt für Sie zu, für den sicheren Outdoor-Betrieb. Ihr Vorteil, Sie bekommen diesen von uns schlüsselfertig. Sie brauchen uns nur einen Stromanschluss zur Verfügung zu stellen und den Platz natürlich. Wie man hinter mir erkennen kann, haben wir unseren Container mit einer kleinen PV-Anlage ausgestattet, welches ein Schritt in die Richtung CO2-neutrale Intralogistik sein könnte.